In der CDU und im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages bin ich für das Thema Kreislaufwirtschaft zuständig. Vor diesem Hintergrund habe ich vor zwei Jahren dem Handel einen Vorschlag gemacht. Ich habe vorgeschlagen, eine Selbstverpflichtung einzugehen, wonach Kunststofftüten im Laden nicht mehr kostenlos abgegeben werden sollen. Der Handel hat diese Selbstverpflichtung umgesetzt. Dies wirkt bereits im letzten Jahr, ist die Zahl der Kunststofftüten um 33 Prozent gesunken. Das ist ein Erfolg und das ist ein ganz konkretes Beispiel, was ich in den letzten vier Jahren als Abgeordneter bewirkt habe. Und deswegen bitte ich Sie, schenken Sie mir Ihr Vertrauen bei der kommenden Wahl und Ehre Erststimme. Es ist wichtig, wer uns und die Südpfalz im Deutschen Bundestag vertritt.